In den USA, die beste Entscheidung, die ich gemacht habe, ist, sie ist auf der rechten Seite der Geschichte. Wir haben 1000 US-Amerikaner, in der Rammstein und überall und wir haben gerne die Amerikaner vor Ort und wir hoffen, dass wir einfach in einem demokratischen Miteinander gut miteinander auskommen, auch wenn sie nicht mehr da sind.